Hallo und herzlich willkommen zu unserer FIFA 15 Spieltagsprognose vom 31. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga. Wir spielen das Bayern-Duell Ingolstadt gegen Nürnberg und mit den Nürnbergern zu Gast in der Audi-Werkstatt ist der Robert. Hallo. Spielst du schon oder? Ich habe extra gewartet. Ich habe auch extra nicht gut gepasst. Der hat sich aber noch immer gut reingedreht. Das wäre es jetzt gewesen. So einen Sonntagsschluss nochmal. Der hat einen guten Drei drauf. Siehst du das? Ja. Das ist ja auch Captain Kirk. Im Deutsch bestimmt nur Kirk. Also das war mal ein 1a Rückpass. Mehr sage ich dazu nicht. Ja. Das ist das Mittelfeld leer. Über das Mittelfeld könntest du heute reisen. Weil da stehen keine Nürnberger. So. Was ist das denn hier? Die schwarze Perle. Der Schä... Ach nee, Quatsch. Du hast ja nur einen Berg. Stimmt ja. Wollte ich gerade sagen. Warum steht der Schäfer nicht im Tor? Da habe ich ja die... Sehr gut. Ein 1 plus in Köpfen. Ja. Was mache ich denn jetzt? Ist es schon so weit? Ist die Aufmerksamkeit so weit flöten gegangen? Ah. Oh, was ist denn das? Na klar, Junge. Was bist denn du für eine Lusche? Was bist denn du für eine Lusche? Du bist doch das Allerletzte. Ah, na wirklich. Der war weder dolle geschossen, noch platziert, noch was weiß ich nicht. Vielleicht sollte man mal betonen, dass Raphael Schäfer Schalker ist. Na, vielen Dank auch. Fein, wie er sich nochmal auf den Boden wendet. Pass auf, wie er sich danach... Oh, nee. Wie er sich da wendet. Oh, sehr gut. Oh, ne. Nö. Sehr gut. Ich bin so ein Assi. Echt. Oh. Das war jetzt auch keine taktische Meisterleistung. Ja, hallo. Vergiss bitte nicht, dass wir 2. Liga spielen. Wir haben hier echt einen Ruf zu verlieren, wenn wir mit sowas anfangen. Aber schön, die ganze Zeit hier mit dem Stick irgendwelche Spezialbewegungen machen. Das Schlimme ist, gell, ich weiß zwar, dass ich den Stick benutzt habe, ich weiß aber nicht, was ich gemacht habe. Also, die Wahrscheinlichkeit, dass ich das wieder tun werde, ist sehr gering. Wieso setze ich meine Ruf zu durch? Tja. 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 Lecky Mösner. Franken-Dobby, da ist so viel Sex dabei. Oh, Lecky Mösner. Die können auf der Doppel-Sex spielen. Die machen Wanddeko. Ich habe den Ball schon mal Richtung Kabine geworfen. Ja, doch. Das Spiel ist zumindest ausgeglichener. Ich habe einmal geschossen und zwar direkt auf den Schäfer und habe getroffen. Nein, natürlich steht da keiner. Gar nicht gut, gemeint der Preis. Schade, noch einen Zentimeter weitergerutscht. Und das Ding hätte ich haben können. Ach, Mann. Was ist denn das für ein Stürmer oder Spieler von dir? Ich habe keine Ahnung. Der hat einen Iroh, der muss wahrscheinlich besonders schnell sein. Ja, Windschneid. So. Ich weiß auch nicht. Wenn die so aussehen würden, als hätten sie einen guten Anlauf zum Kopfballtreffen, sind sie wieder 80, ja, Klaute. Ah, nein. Sehr, sehr gut. Da hätte ich kein gutes Gefühl, dass du gestartet bist. Ach, ich dachte jetzt schon sonst was. Meine Mission war, das Tor nicht durchzurammeln. Einfach immer losrennen, ist ja auch nichts wahr. Was mache ich denn da? Was machst du da? Das ist ein furchtbares Gewolze. Ja, wenigstens ist Raphael Schäfer nicht dabei umgekippt. Hm. Zweite Lüge. Oh, herrlich. Komm, Junge. Was für eine persönliche Unentschieden wird es noch bringen. Ja. Gut angefangen und stark nachgelassen. Oh, dann spielen doch gleich weg, Junge. Dann kriegst du auch keine auf die Nuss. Ja, das habe ich mir anders vorgestellt. Oh, Gott. Oh, wie auf Treibsand. Wie auf Treibsand. Oh, und dann so ein Ding. Der war gut. Und dann so ein Ding, Junge. Der war gut. Du Affe. Echt. Oh, das ist... Ach, das Ding. Diese zweite Liga konntet mich mittlerweile echt an. Und jedes Mal, bevor wir anfangen zu spielen, heißt das immer, wie war es nochmal erste Liga und dann zweite. Ja, zweite Liga können wir besser. Hm. Ja. Ja, Hinterseer. Da ist er. Weil du vorhin noch gefragt hast, wer das war. Ja. Das war der Hinterseer. Der Schwede. Ja. Damit ist auch dieser Spieltag erfolgreich gelaufen. Und Gott sei Dank nach hinten raus noch ein bisschen ausgeglichen gewesen. Ja, ist richtig. Ja, du bist halt doch eher in der zweiten Liga beheimatet. War das deine charmante Art und weiß ich mir zu sagen, ich spiele zweitklassig? Nee, ich wollte einfach nur mal einen coolen Spruch drücken. Hm. Der war sehr cool. Ja. Kann mir auch nur vorstellen, wie du mit Sonnenbrille da saßt. Ja. Ja, läuft. Was ist denn das für ein dämlicher Torhüter von dir? Der hat ja graue Haare. Ist der deshalb dämlich? Nö, das war die zweite Feststellung. Erstens, dass er dämlich ist und zweitens, dass er graue Haare hat. Naja. Gut, dann würde ich sagen, auch diesen Spieltag erfolgreich wieder hinter uns gebracht. Jawohl. Ich bedanke mich fürs Mitspielen. Gerne, gerne. Herzlichen Dank fürs Reinschalten und dann bis nächste Woche. Bis dahin. Tschüssikowski.